ja hallo zusammen ich bin's jessica und in diesem video geht es um das thema domains ja domain was ist eigentlich eine domain eine domain ist die adresse deiner website zum beispiel www.meinewebseite.de man sagt dazu auch internetadresse oder url hast du bestimmt schon einmal gehört eine domain kann auch mehrere endungen haben die bekanntesten sind natürlich .de .com und .net es gibt aber noch weitere wie zum beispiel .biz .me .nl und so weiter fast jedes land hat eine eigene endung was aber natürlich nicht bedeutet dass man diese endung auch nur in dem entsprechenden land nutzen kann man kann für seine domain jede vorhandene endung bestellen egal wo man sich gerade aufhält da es schon sehr sehr viele domains gibt und die auch eben vergeben sind gibt es bald hier in deutschland neue domain endungen nicht nur in deutschland sondern überall weil wie ich ja gerade gesagt habe jede domain endung kann man von überall bestellen das sind dann themenbezogene endungen wie zum beispiel .pizza oder .köln hört sich erstmal lustig an könnte aber ganz interessant werden und dementsprechend haben wir bald viele neue domains mit interessanten neuen endungen wenn man eine website ins internet stellen möchte braucht man also eine domain hier unterscheiden wir übrigens noch top level domains und sub domains beziehungsweise second level oder third level domains eine top level domain ist eben immer die komplette domain die haupt domain wie zum beispiel im www.meine-seite.de dann gibt es aber zum beispiel auch noch sub domains die zum beispiel auch oft von hosting anbietern oder website baukasten anbietern angeboten werden das sind dann zum beispiel meine seite.1 und 1.de das heißt immer noch mal vor der haupt domain ist noch mal ein wort oder eine kennung gesetzt die daneben ja die website domain sein kann ihr solltet also immer eine top level domain registrieren denn das ist dann eure domain und da erkennt dann keiner von wo ihr die website zum beispiel gebaut habt oder wie auch immer worauf muss ich bei der auswahl einer domain überhaupt achten ja eine domain sollte wenn möglich aus dem haupt keyword beziehungsweise auf die aus den haupt keywords bestehen das ist aus seosicht vorteilhaft über die keywords haben wir ja jetzt letztens schon gesprochen du kannst aber natürlich auch deinen firmennamen nehmen oder deinen eigenen namen oder was auch immer je nachdem worum es auch gerade auf deiner seite geht außerdem solltest du keine umlaute wie zum beispiel ä oder ü verwenden das ist nämlich nur sehr schwer für die suchmaschinen zu lesen und außerdem gibt es auch länder beziehungsweise sprachen die diese umlaute gar nicht haben und demnach natürlich auch nicht auf der tastatur vorhanden sind es wird also schwierig für jemanden aus den usa beispielsweise deine domain www.überdiezeit.de aufzurufen weil dieses ü einfach da vorne ist wenn dein name unbedingt dein domain name unbedingt ein umlaut enthalten muss dann mach es mit der umschreibung also ue oe und so weiter deine domain sollte auch nicht länger als drei wörter sein denn alles was länger ist wird teilweise auch unleserlich beziehungsweise ja ist dann einfach unheimlich lang zum eingeben in der auf der tastatur in den browser und so weiter und auch wenn man es jemandem aufschreibt dann ist man eine halbe stunde daran die domain aufzuschreiben und oft stellt sich auch die frage soll die domain mit oder ohne bindestrich geschrieben werden die frage stellt sich natürlich nur wenn die domain aus mehreren wörtern besteht über das thema gibt es ziemlich viele debatten aber wenn man das mal grob sieht ist es eigentlich geschmackssache und in deutschland werden die domains zum beispiel mit bindestrich bevorzugt weil man das dann einfach besser lesen kann zum beispiel auch meine domain jessica-ebert.de wenn ich das jetzt zusammenschreiben würde sähe das ziemlich komisch und auch etwas unleserlich aus wenn du eine domain bestellst solltest du wenn noch frei auch eine zweite endung dazu buchen wenn du also eine .de domain bestellst nimm auch gleich noch die .com dazu wenn die natürlich frei ist und dann noch mit und ohne bindestrich registrieren je nachdem wie es eben passt und was frei ist das ist aber nur eine sache die zur sicherheit dient damit sich jetzt kein anderer deine ähnliche domain wegschnappen kann also es kein muss es ist eine empfehlung ja was kostet eine domain das kommt auf die endung an eine .de domain gibt es hier in deutschland zum beispiel auch schon für sechs euro pro jahr also das ist wirklich nicht teuer und eine .com domain kostet zum beispiel schon zwölf euro pro jahr weil sie auch einfach globaler ist es gibt aber auch ziemlich teure domains die auch mehr als 100 euro im jahr kosten aber insgesamt ist so eine normale domain eben sehr günstig ja das birgt allerdings die gefahr dass man schnell mal ganz viele domains bestellt weil es ja so günstig ist doch hat man mal zehn oder zwanzig domains registriert kann das ganz kann sich das ganze ziemlich schnell läppern und so viele domains machen ja auch eigentlich nur sinn wenn man entsprechend viele verschiedene projekte hat ja wie finde ich überhaupt die passende domain ist ja nicht immer so einfach um eine passende domain für deine website zu finden kannst du wie folgt vorgehen nimm dir einen zettel und einen stift und schreibe alle keywords und themenrelevanten begriffe auf nun setzt du diese mit zwei bis drei wörtern jeweils zusammen wenn du dann ein paar phrasen hast gibst du sie zum beispiel bei united domains ein und diese seite zeigt dir dann ob die domain noch frei ist und mit welchen endungen sie noch frei ist probierst mit bindestrich und ohne bindestrich rechts rum links rum mit zahl ohne zahl bis du eben was passendes und leserliches gefunden hast es nicht immer ganz einfach je nachdem aber es gibt immer noch viele freie domains die ja auch ganz schön sind das ganze nimmt natürlich ein bisschen zeit in anspruch aber es macht eigentlich auch spaß sich die namen zu überlegen und auszudenken und noch ganz wichtig macht ihr nicht zu viele gedanken oft kommt man zu keinem ergebnis wenn man es einfach perfekt haben will doch perfekt gibt es ja nur selten wenn dir also ein paar freie domains gefallen such dir ein paar schöne raus registriere sie oder such dir daraus noch mal eben wirklich die eine passende domain raus die für dich für dein thema eben passt ja wie und wo registriere ich denn jetzt eine domain also du hast dir jetzt gedanken dazu gemacht welche domain du registrieren möchtest die ist auch noch frei was mache ich dann ja dafür gibt es zwei möglichkeiten und zwar das erste ist dass viele webspace anbieter zum thema weiß kommen wir später noch eigentlich direkt mit anbieten eine domain zu registrieren wenn man eben diesen webspace da kauft das heißt du kannst theoretisch direkt beim hosting anbieter deinem domain mit bestellen das hat jedoch einen kleinen nachteil denn wenn der anbieter mal probleme hat oder du eine domain auf einen anderen webspace schalten möchtest kann das ziemlich problematisch werden wie gesagt kann muss nicht daher gibt es auch noch die zweite möglichkeit und zwar gibt es extra domain anbieter die nur domains anmieten beziehungsweise deren hauptgeschäft diese domain verwaltung ist und hier hast du den vorteil dass deine domains um unabhängig von deinem webspace sind und du sie jederzeit auch auf andere seiten schalten kannst aber grundsätzlich musst du das einfach für dich entscheiden was für dich einfacher ist was für dich sicherer ist was für dich besser ist wenn du dir dann einen anbieter ausgesucht hast musst du im grunde nur dem bestellprozess folgen und bezahlen und schon hast du eine domain also das ist nicht sehr kompliziert welche anbieter kann ich empfehlen ja wie auch das ist wieder auch eine erfahrungssache ein guter anbieter ein guter deutscher anbieter ist zum beispiel united domains da sind die preise auch in ordnung und es gibt einen guten service und wie gesagt die seite und der anbieter ist auch komplett auf deutsch es gibt aber zum beispiel auch noch go daddy das ist auch ein sehr beliebter anbieter allerdings ist dieser anbieter auf englisch also da musst du einfach abwägen ein bisschen preise vergleichen ein bisschen erfahrungen sammeln und dann eben schauen bei welchem anbieter du deine domain registrieren willst so das war's zum thema domains im nächsten video geht es um das thema hosting und ich würde sagen bis zum nächsten mal tschüss